Unsere Bürgermeister-Serie führt uns heute nach Nussloch und zugeschaltet ist mir auch schon der Bürgermeister Joachim Förster. Die Corona-Lage entspannt sich immer mehr, immer mehr Lockerungen kommen. Die Bundesnotbremse ist heute offiziell ausgelaufen. Wie geht Ihre Gemeinde mit der Corona-Situation aktuell um? Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen erst mal. Ja, wir sind eigentlich sehr offen. Wir haben im Moment nur noch zwei positive Fälle. Also auch da sehr, sehr niedrig und auch die Inzidenzen werden bei uns immer besser. Wir versuchen auch so gut wie alles jetzt schon zu öffnen. Das Rathaus ist schon circa drei Wochen wieder auf. Wir sind mit unseren Vereinen im Kontakt. Auch da lassen wir sehr viel mittlerweile zu. Das Training läuft schon ganz normal auch wieder an. Und auch in der Gastronomie versuchen wir hier zu unterstützen, wo es nur geht, weil doch viele Gastronomen nicht gleich wissen, wie sie mit den Corona-Verordnungen umgehen müssen. Und da sind unsere Mitarbeiter dann auch immer vor Ort und unterstützen, wo sie nur können. Ein weiteres Thema ist ja auch, ab Montag wird der Radweg zwischen St. Ilgen und Nussloch voll gesperrt für zwei Wochen. Was müssen die Bürger denn jetzt vielleicht beachten? Ja, das ist eine gute Frage, weil bei uns im Rathaus ist dieses Thema noch gar nicht angekommen, dass dieser Radweg gesperrt werden soll. Aber wenn wir da genauere Informationen haben, dann werden wir über unsere Kanäle dann auch unsere Bürger entsprechend informieren. Wir sind ja hier mittlerweile sehr breit aufgestellt mit Facebook, Instagram und auch unserer eigenen Gemeinde-Webseite und auch der Gemeinde-App. Von daher glaube ich, dass die Bürger sich einfach da dann auch entsprechend informieren können. Ja, super. Und es hat ja jetzt die letzten Tage auch viel geregnet. Wie geht es denn dem Waldgebiet? Ist denn jetzt vielleicht auch eine kleine Entspannung gekommen? Ja, wir haben in Nussloch schon einige Probleme mit dem Wald. Von daher kommt der Regen sehr gelegen. Wir sind hier mit unseren Förstern gerade auch an der Erarbeitung eines neuen Leitbildes für den Wald, um unseren Wald dann auch zukunftsträchtiger aufstellen zu können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da ist noch viel Arbeit, was da vor uns steht. Und es sollte noch einiges mehr an Regen dann auch runterkommen in den nächsten Tagen. Und gerade diese großen Hitzeperioden, die müssten wir dieses Jahr ein bisschen weniger haben, dass sich der Wald von den letzten drei Jahren dann auch wieder erholen kann. Ja, dann hoffen wir, dass die Erholung auf jeden Fall schnell kommt. Und vielen Dank, Herr Förster, für Ihre Zeit. Vielen Dank, immer gerne.